ich bin gerade aufgestanden also ja guten morgen du labber oder ich habe gerade mein gesicht mit kaltes wasser kaltes wasser abgewaschen ich fühle mich wie neu über weißt du wie ich hier gerade hier hinsetze alter ich hab zwei tücher und beide sind nass mit kack und das geht nicht ist richtig krollen finden sich grüßt ich danke für dein ford willkommen hier bei mcmo 964 tv auf twitch ja ich auch nicht freut mich dass du da bist wenn ich mal so reich bin wie monte dann lade ich ich werde nicht mitmachen achte auf den chat bei was machst du nicht mit gegen auf dach 18 warte warte kommt alle bitte hier hin ich habe softbacks jungs dankeschön danke parry wo softbacks dankeschön wo ich habe für dich so viel raketen gesammelt eigentlich für mich aber wir brauchen den launcher wir brauchen den launcher ab nach ok ok das sind zentral die gegner na ja weil solche worte einfach nichts zu suchen haben julian ganz einfach und das wird dann geblockt und beim nächsten mal gibt es halt mal ein timeout oder ein bahn und wenn man halt so was schreibt im chat muss man halt damit rechnen ich habe nichts geklaut was habe ich geklaut ich habe gar nichts die werden hops genommen mit ansagen ich habe ich habe keine oder was machst du mit mir heute wieder immer was zum heilen julian über das thema brauchen wir leider nicht zu diskutieren und wenn du sowas noch mal schreiben tust krieg schalten zehn minuten es sind es sind auch leute hier diesen minderjährig oder sonst irgendwas und nächstes mal bis halt weg vom fenster und es ist mir egal hat jemand mit jungs ja ich suche auch gerade es einfach es gibt ja ich habe ich habe genügend hier wer braucht noch ja ich ja da brauchen wir nicht diskutieren und fertig auch wenn das halt noch mal schreibt dann hat richtig ich glaube ich will ich habe doch die jüngere jüngere leute sind ganz einfach und deswegen würde ich habe nichts was man da geschrieben ich würde gerne wissen ich soll seine erektion grüßen oder sowas ich kämpfe hier für morsch ja du kannst du rausgehen kannst du auch kannst du nicht abgehauen ich war doch bei dir kannst du auch entfohlen wenn du das der meinung bist und dann ist es okay war da wenn ich gestorben bin dann hat es gibt es gibt verschiedene regeln hier und fertig aus und wo hast du einer bist du rambo tun bann bitte ich habe kein bock auf die diskussion tun bann fertig aus immer bann die esel ja klar logisch diskutieren ist scheißegal wie viele leute im stream sind ob fünf leute da sind oder zehn einfach bann und fertig aus ja ist auch so sieht es aus ja 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 down ich hab den hast du abgestoppt und ich dachte ich habe seine ehre geradeaus auf n was macht ihr da wir killen leute 22 schön runter geholt Mochi, Maschine-Killer. Ich kämpfe gegen drei Leute. Das ist ein Grappler. Hier, nimm, nimm. Ich nimm mich. Nimm, nimm. Er sagt wieder nichts. Da ist wieder Party. Oh mein Gott. Scheiße. Mein Gott, das mach ich. Huia. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der ist Bord, alter. Kill den nicht. Lass den mit der Axt nehmen. Hey, der Arme. Lass den Arme, bitte. Guck mal, wer arm. Lass mal uns extra. Wir lassen den einfach gewinnen. Guck mal, der steht von der Zone. Glaub mir, der steht von der Zone. Der ist kein Bot. Wo ist der? Hier, hier. Hier, hier. Im Spreng geb ich ihn jetzt. Was auf. Da drinnen? Hier, guck mal hier. Der läuft. Mach mal angeblich, wir schießen auf den. Und einer kommt nach unten und killt den. Wir freunden uns an. Digga, wer war das? Wer war das? Guck mal, er trifft mich nicht mal hier. Ja, der ist so ne Wichser. Mochi, die du mal hast, ne? Der Arme. Der hat sich gefreut. Ihr seid ja unmöglich. Ihr seid echt. Der hat sich eingetürtet.